Grüß euch Leid, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich beim Training von den Augsburg Storm. Der Head Coach Sven Mielenz, komm ruhig dazu. Sven Mielenz hat mich eingeladen. Ich darf hier heute ein bisschen die Receiver und ein bisschen die Titans trainieren. Auch Quarterbacks sind ein bisschen dabei. Ich zeig dir einfach mal so ein paar Grundlagen, was ist wichtig. Augsburg Storm, was ist dein Ziel? Competitiv ist zu sein, dass wir eine Saison spielen, wo sich jeder schwer tut. Und vor allem ein paar Winnings einbaut. Ein paar Winnings, ja. Das ist wichtig. Auch einfach mal für die Moral und deswegen sind wir da. Beim letzten Training war der Tom schon da von den Munich Ravens. Wir haben gehört, es kommt auch noch jemand, die werde ich nicht verraten. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß mit dem Video. Fünf Minuten Lighter Work, nicht mehr. Alles gut. Genau. Ich habe vor, mit ihnen auf jeden Fall ein Press-Release zu machen, hast du gesagt. Blocken auf jeden Fall. Und ich würde auch, weil du gesagt hast, du willst viel Screens spielen. Ich würde denen einfach nur mal Screens erklären, was wichtig ist. Und auch auf Releases. Dann war es das eh schon von der Zeit. Genau. Und dann machen wir One-on-Ons. Dann kannst du ja mal jemanden hier schnappen drauf hier. Genau so mache ich es. Routenlaufen, vielleicht noch ein bisschen was erklären. Ja. Also wie man auch eine Route läuft. Wenn der Outset-Schweiß steht, wie auch immer. Ja, ja, ja. Easy. Servus, grüß euch. Freut mich, dass ich da sein darf. Sven hat mich angeschrieben, hat gesagt, ich soll machen. Ihr kennt dieses Objekt. Das seht ihr alle nicht zum ersten Mal. Wir fangen ganz normal Footwork an. Das ist eins unserer wichtigsten Sachen. Versucht dabei, nicht die ganze Zeit blind nach unten nur zu schauen, sondern ihr wollt natürlich auch eure Gegner sehen und auch schon, wo der Ball herkommt. Das heißt, versucht die Übungen, die ich euch zeige, mit so oft es geht, nach oben zu schauen. Das wird nicht durchgehend gehen, aber das versuchen wir, okay? Wir fangen mit einem ganz leichten Sachen an. Falls ihr Fragen habt, einfach dazwischengreifen, gar kein Problem. Ich komme zur Seite und erkläre es euch. Wir machen jetzt hier ganz normalen One-Step-First. One-Step, das heißt, ein Fuß immer rein. Ganz normal. Einmal hin, einmal zurück. Let's go. Einfach hinterher. Direkt hinterher. Ganz stark, ganz stark. Das ist Nummer zwei. Schaut gut aus, schaut gut aus. Zurück, das gleiche mit dem anderen Fuß. Das Wichtige dabei ist, versucht nicht zu stampfen, okay? Wir versuchen, leichte Füße zu haben. Das heißt, man sollte es eigentlich fast nicht hören. Schwierig in der Halle, aber ihr hört meine Füße kaum. Wir wollen nicht. Das versuchen wir zu vermeiden. Let's go. Schaut gut aus, schaut gut aus. Nächste Übung. Wir machen noch einen Schritt mehr. Das heißt, drei in jedes, okay? Also wir versuchen es drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Alles klar? Ganz stark, ganz stark. Machst ruhig langsam und zähl mit. Ja, das ist nicht so einfach. Fuß immer wechseln, das ist nicht so einfach. Nimm die Hände mit. Jetzt haben wir eine kleine Übung. Wir steigern das. Wir machen einen Fuß in, einen Fuß out. Das heißt, wir schauen am Ende einfach so aus. Super simple. Mit rechts hin, mit links zurück. Sehr stark, sehr stark. Und immer wieder mal die Augen hoch. Schaut klasse aus, Jungs, schaut klasse aus. Arme mitnehmen. Richtig. Wir laufen alle mit den Armen. Nicht den letzten vergessen. Das ist ein Jahr vor der Endzone. Kannst nicht aufhören. Let's go, weiter geht's. Wir machen jetzt den Icky Shuffle. Wir gehen einmal durch, zwei, zurück. Durch, zwei, zurück. Und einer ist immer draußen. Am Ende schaut das so aus. Let's go. Sehr stark. Versuch leiser mit den Füßen zu werden. Du stampst zu sehr. Wir wollen keine Kartoffeln hier rein. Nur einen Fuß draußen. Du machst zwei draußen. Ja, das war richtig. Korrekt, korrekt. Das waren zwei draußen. Auch zwei draußen. So, und jetzt kommen wir nämlich zum eher komplizierenden Part. Wir machen einen Fuß rein. Raus, Icky Shuffle. Ein Fuß rein, raus, Icky Shuffle. Nicht so einfach. Macht das langsam. Ein Fuß rein, raus, Icky Shuffle. Ein Fuß rein, raus, Icky Shuffle. Ja. Genau. Ist nicht so einfach. Rein, raus, Icky. Genau. Ja, du hast verstanden. Und ich habe nichts Schwieriges gemacht. Ich habe nur zwei Übungen kombiniert. Schaut nicht schlecht aus. Schaut nicht schlecht aus. Mach es langsam und richtig. Ja, wieder raus und drüber. Einen raus, zwischen drüber. So schaut das dann im Endeffekt relativ langsam aus. Und irgendwann geht es halt schnell. Das war's schon mit der Leiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr schnell was trinken. Sucht sich bitte jeder einen Partner. Sven hat mir gesagt, ganz wichtig, dieses Jahr Press Release. Damit habt ihr Schwierigkeiten, habe ich gehört. Ihr steht an der Line of Scrimmage. Ihr versucht natürlich so schnell wie möglich von eurem Gegner wegzukommen. Der Quarterback ist auf der Seite. Auf meinem Kommando fangt ihr alle an, outside zu releasen. Das heißt bitte, ihr geht alle auf dieser Seite vorbei. Wir wollen keine Steps. Wir wollen einfach nur dieses Handmovement, was hier passieren soll. Jetzt zeige ich ganz kurz, was hier passiert. Okay. Quarterback ist da drüben. Das heißt, Set hat. Der Press Release versucht zu reachen. Und ihr versucht nicht irgendwie wild auf die Hände zu kloppen, weil damit habt ihr keinen Erfolg. So, ihr wollt hier den Ellbogen hier erwischen, okay? So dreht sich nämlich der ganze Körper mit. Das Ziel ist wirklich, Set hat. Nichts anderes. Set hat. Ja, ist in Ordnung. Dafür machen wir es. Set hat. Versuch nicht nur dich so abzustützen, sondern versuche wirklich, streck mal aus bitte. Versuche wirklich seinen Arm hier zu erwischen, weil in dem Moment siehst du selber, sein Oberkörper dreht sich mit. Ja. Und wenn du dich nur abstützt, erwischt er dich noch am Pad. Und das kostet dich Zeit. Set hat. Dein Fehler jetzt hier, ganz logisch, du nimmst zuerst den Arm. Damit hast du keinen Erfolg, weil er ist schon komplett an dir dran. Das heißt, du willst immer mit dem Außenarm seinen Kompletten wegschlagen. Tut euch ruhig weh, ja? Ihr tut eurem Gegner auch nichts Gutes, wenn ihr den streichelt. Je schmerzhafter das hier ist, desto leichter ist es für euch im Spiel. Set hat. Sehr gut, sehr gut. Du willst auch rauskommen. Mach nicht nur einen Schritt, okay? Mach ruhig zwei, drei Schnelle. Als nächstes machen wir einen One-Step und viel mehr, glaube ich, brauchen wir heute auch gar nicht machen. Wir wollen trotzdem außen vorbei. Das heißt, wir machen einen Inside-Step. Damit dreht ihr im besten Fall schon die Hüfte von eurem Gegenspieler. Dasselbe Prozedere, ihr wollt wieder nach außen vorbei. Ready, set hat. Geil. Geil. Gehört umgesetzt. Set hat. Sehr geil. Du hast gemerkt, du hast ihn wirklich verarscht. Das Ziel jetzt bei einem Off-Release, in dem Fall stehe ich jetzt hier, wollt natürlich trotzdem euren DB immer attackieren. Ist dir jetzt egal, ob er innen oder außen von euch steht. Dein Ziel ist ein Fade. Fly bei euch, alles klar. Damit wollen wir jetzt nicht irgendwie zaubern und noch irgendwie zwei Cuts machen oder so, sondern das heißt, du läufst auf mich zu. Ihr macht den ersten Schritt, sodass ihr frontal zu eurem Gegenspieler steht. Und dann lauft ihr auf ihn zu. Wie viel Platz habe ich hier? Seid ihr hier? Perfekt. Gut. Passt. Ist in Ordnung. Versuch nicht so viel zu verkaufen, sondern du willst wirklich Speed aufbauen und vorbeikommen. Das gleiche. Auf dein Kommando. Gut. Sehr stark. Resco, auf dein Kommando. Gut. Ja. Richtig. Nicht schräg zu mir laufen. Mach den ersten Schritt richtig gerade. Ich stehe jetzt Off-Size, trotzdem Off, aber wir wollen das Gleiche. Wir wollen trotzdem Fly laufen und außen an ihm vorbei. Stark. Sehr stark. Sehr stark. Versuche ich dann im Spiel deine Hüfte zu lesen und auf die jeweils andere Seite zu gehen? Du suchst dir am Anfang ein Ziel aus. Okay. Er steht Outside. Er steht Off von mir. Weiß ich nicht. Cover 3. Das heißt, du weißt eigentlich, er will dahinter eh schon laufen. Ich versuche es immer Outside vorbeizugehen. Aus dem ganz einfachen Grund, der Weg ist für ihn mehr als der Weg. In dem Moment, wo du Inside von ihm vorbeigehst, kann er immer mit den QB lesen. Und sobald der Ball irgendwie unterworfen ist, ist es eine Interception. Ist der Ball so unterworfen, zieht er den Ball niemals. Drei Kommando. Gut. Weniger gut. Weiter laufen. Wichtig. Gut. Stark. Sehr gut. Das Wichtigste, was ich euch noch mitgeben kann, ist, jede Route ist ein Fly. Ob das ein Slant ist, ob das ein Hitch ist, ob das eine Ten-Out ist. Ihr versucht immer ein Fly zu verkaufen. Das sollte jeder Receiver mal gehört haben. Every Route is a fade until it's not. Blocken ist das, was wir als nächstes machen. Wieder zwei zusammen, bitte. Hast du einen Mundschutz dabei? Nein. Okay. Dann versucht ihr bitte nicht irgendwie auf die Zunge zu kauen oder so. Versucht ihr euch keine Zähne auszuschlagen. Wir machen es aber auch nicht so wild. Ich will bitte keinen so sehen, weil da haut ihr euch die Schultern raus. Okay. Von unten zu schießen und wollen hier immer weiter drive. Das macht ihr bitte für drei, vier Yards. Abbruch wieder von vorne. Alles klar? Sehr gut. Das Gleiche nochmal. Die DBs, ihr dürft gerne dagegen kämpfen. Ja? Soll Hap. Hap. Gut. Sehr stark. Switch bitte. Soll Hap. 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 Okay. Wichtig. Ja. Und Hände platziert. Nicht nur irgendwie an ihn hier außen. Und da hast du verloren. Du willst hier schön in dieses Schulter-Pad sozusagen hier rein. Du darfst ihn zwar nicht kratzen, aber genau hier willst du hin. Da kannst du ihn auch ein bisschen steuern. Geht die komplette Offense bitte einmal drei Yards nach rechts. Wir wollen ihn frontal attackieren. Wie vorhin auch. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen mehr. Gerade auf ihn zu. Und wollen ihn hier nach außen blocken, sodass mein Running Back, mein Screen Receiver innen an mir vorbei kann. Hap. Gut. Hap. Hap. Okay. Versuch mehr breite Beine zu machen. Mit dem Schieben ist superschwierig. Weil in dem Fall kannst du kommen und ... Je enger du stehst, desto leichter schmeißt dich jemand um. Und jetzt bin ich nicht der Größte. Je breiter du stehst, steh immer breiter hin. Merkst du selber. Bist du mir, Luca, bist du mir. Gutes Training. Ich glaube, wir konnten heute eine Menge lernen. Vielen, vielen Dank an Luca und Julian. Vielen Dank, dass auch ein paar Leute dabei waren, die ich noch nicht gesehen habe. Ich brauche mal umso mehr. Big Guys brauchen wir. Es sah heute gut aus. Denkt dran, wir haben nach sechs Trainings unser erstes Scrimmage gegen ein österreichisches Team. Also sechsmal Trainings auch noch mit feinem Kontakt. Und mit Mengen zu arbeiten. Gerade an den Kleinigkeiten. Ja, Luca, ich gebe dir auch noch mal das Wort. Also ich war ja schon mal vor ein paar Jahren bei euch zuschauen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Fanfreundschaft mit den MC2, Munich Cowboys 2. Viele von euch sind neu. Also viele können es nicht. Aber ich merke, hier ist ein Lächeln. Dass ich das noch weiß. Hey, ich stand außen und hatte im Begale in der Hand. Na klar weiß ich das noch. Also ich finde super, was hier aufgebaut wird. Bitte gebt Gas. Nehmt eure Freunde mit. Jeder, der Bock hat auf Football, hat hier jetzt die Möglichkeit mit Freunden Football zu spielen. Und auch halt zur Gaudi. Und ich hoffe, dass ihr dieses Jahr auch mal was gewinnt. Nicht so wie jetzt in den letzten Jahren. Aber das, was ich heute gesehen habe, sah schon viel besser aus als das, was ich damals gesehen habe. Macht so weiter. Haut ihr beim Scrimmage-Track. Und wünsche euch viel Erfolg. Dann machen wir einen Scheiß-Hudden, oder? Let's go! 1, 2, 3, stop! Ich hoffe, ihr könnt etwas lernen. Ich bin schon komplett durch. Auch ich habe geschwitzt. Auch wenn ich nicht wirklich trainiert habe, sondern wirklich nur Coach war. Es macht mir einen riesen Gaudi. Ich habe schon andere Teams kontaktiert. Mir würde es riesen Spaß machen, die Offseason so zu nutzen. Und auch einfach wirklich ein paar Receivers zu helfen. Es freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, Juli, dass du dabei warst. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Und das war's von mir. Haut sich rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.